Börsenprognosen sind bei Anlegern hoch im Kurs, vor allem rund um den Jahreswechsel. Doch vieles gleicht dabei einem Blick in die Glaskugel. Und so investieren viele Börsianer gern prognosefrei. Was sind die Vorteile dieses Investment-Stils? Das wollen wir besprechen mit Thomas Freiberger, er ist geschäftsführender Gesellschafter der Thomas-Freiberger-Vermögensverwaltung. Schön, dass Sie auf dem Vermögenstag der V-Banks sind, der Freiberger. Prognosefreies Investieren, das klingt offengesagt zunächst mal relativ abstrakt. Könnten Sie uns zunächst mal kurz erklären, was darunter zu verstehen ist? Prognosefreies Investieren bedeutet, dass man seine Anlageentscheidungen nicht auf Marktprognosen oder sonstige Vorhersagen basieren lässt. Der Grundgedanke ist letztendlich, dass ein effizienter Markt zu jeglichem Zeitpunkt alle verfügbaren am Markt erhältlichen Prognosen in den Wertpapierkursen widerspiegelt. Somit sind Analysen oder sonstige Untersuchungen nicht von Informationsvorteil. Aber viele Anlegerinnen und Anleger schauen sich ganz gerne Finanzprognosen an, egal ob es jetzt um Aktien geht, um Rohstoffe, was auch immer. Sie sagen also, das bringt nichts, Herr Freiberger? Die empirische Kapitalmarktforschung zeigt, dass es nicht möglich ist, dauerhaft verlässliche Prognosen über einzelne Wertpapiere, aber auch über komplette Marktsegmente zu erstellen. Und die Frage ist natürlich, was mit Prognosefehlern ist. Sie können natürlich passieren, aber es gibt doch auch immer mal wieder welche, die haben recht. Und die Frage muss dann ja auch leiten, gab es auch mal Prognosen, die eingetroffen sind, Herr Freiberger? Also allein die Tatsache, dass mal eine Prognose richtig eingetroffen ist, zeigt ja noch nicht, dass eine fundierte Prognosefähigkeit vorhanden ist. Genauso, wenn man Lotto spielt und jemandem Lotto sechs Richtige erzielt, heißt es ja nicht, dass der Lottospieler auch in Zukunft systematisch die Lottozahlen vorhersagen kann. Darauf würde man ja nie kommen. Das heißt, wissenschaftlich basierte Prognosen müssen darauf beruhen, dass der Prognostiker nachweist, dass er nachhaltig und dauerhaft seine Prognosen in der Vergangenheit wiederholt abgegeben hat. Also ähnlich sozusagen wie die Wanduhr, die stehen geblieben ist, auch die geht zweimal am Tag richtig, heißt es ja immer. So schön, was sind denn jetzt die entscheidenden Vorteile des prognosefreien Investierens im Vergleich zu den traditionellen Anlagestrategien? Also der entscheidende Vorteil liegt letztendlich darin, dass man Anlagefehler vermeidet. Denn Prognosen sind ja, wie gesagt, ja nur zufällig richtig oder falsch. Stattdessen sollte eine Finanzplanung mit dem Anleger die riesigen systematische Arbeiten, die ein Anleger eingehen kann, die er braucht und möchte. Deshalb steht bei einer Finanzplanung der Anleger im Fokus und nicht eine zufalls- oder prognosebasierte Anlagestrategie. Und das ist wirklich ein entscheidender Vorteil für die Geldanlage der Zukunft. Also Sie gönnen es sich, keine eigene Meinung zu haben, so würde ich es jetzt mal formulieren. Das war Vermögensanwalter Thomas Freiberger hier auf dem Vermögenstag der V-Bank. Herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen erfolgreichen Tag hier für Sie. Talk'in zid. Untertitelung. BR 2018